Ja, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, 1600 haben wir angeschrieben. Und zwar wir gemeinsam, die Landeshauptstadt Kiel, Kiel Marketing und wir von der Kieler Wirtschaftsförderung. 30 Prozent haben sich gemeldet. Das ist eine sehr, sehr hohe Rückantwortquote. Die hat uns sehr erstaunt und zeigt, wie wichtig diese Befragung und ein Meinungsbild in Kiel ist. Leider zeigt natürlich dieses Thema, was wir dort befragt haben, und zwar die Auswirkungen der Corona-Krise. Wie dramatisch sich das hier in Kiel doch auch zeigt. Es sind inzwischen alle Branchen betroffen. Dennoch ist das Interessante, dass fast die Hälfte der Unternehmen sagen, in dieser Zeit habe ich mich um Innovation gekümmert. Ich habe mich um Digitalisierung gekümmert. Mit anderen Worten, fast die Hälfte der Unternehmen geht trotz Krise in den Innovationsmodus. 21 Prozent der Unternehmen sagen, auch nach der Corona-Krise, wann immer das auch ist, ist für mich die Innovationsfähigkeit das entscheidende Element. Was Sie auch in der Befragung sagen, ist die Kooperation untereinander, die Kooperation in Kiel mit anderen befreundeten Unternehmen, mit anderen Kooperationspartnern ist Ihnen extrem wichtig. Am Ende bleibt mir nur, bleiben Sie gesund, wie immer, bleiben Sie zuversichtlich, kooperativ und ich hoffe mit viel Spaß und Freude weiterhin an diesem schönen Tag und in dieser schönen Stadt. Vielen Dank.